So, Herzlich Willkommen aus Las Vegas, Nevada. Wir sind hier für zwei Wochen, um einen Content zu machen mit dem Kevin. Wir haben einiges geplant. Kleines Trainingslager auch geplant. Das erste Video ist auch schon online bei Kevin auf dem Kanal. Deswegen seid gespannt, freut euch für den Content. Uns wird einiges geben. Welche Mahlzeit ist das jetzt? Die erste, zweite? Das ist die erste Mahlzeit nach dem Cardio. Bei Kevin gibt es nur Eikler, bei mir gibt es Eikler Haferfloppen. Bei Mika gibt es Haferfloppen mit Eikler als Kuchen. Also wir essen alle zum Beispiel basic bodybuilding Ernährung hier. So, wie geht's? Yes. Alles klappt? Yes. Bitteschön. Das war geil. Hauptsache, ich werde nicht krank. Das ist für mich das Wichtigste jetzt. Erinnere dich das Paket, was du gebucht hast oder was du buchen willst? Was denn? Das Paket. Die haben natürlich mehrere Angebote. Das ist einfach Vitamin C, B-Komplex und Magnesium, Calcium und Natrium. Das ist ja an sich Standard. 140 Euro umgerechnet quasi. Was sagst du mit Sauerst? Ja, nicht viel. Ich muss halt mal fragen, wie viel Vitamin C reinmacht. Ich knall bei mir immer so 5 bis 7 Gramm rein. Die Eumetabolinfusionen hatten so 15 Gramm Vitamin C drin. Wie viel Vitamin C hast du in dir? 2000? 2000. Oh, 2000. Ja, das war wirklich gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017